Okay, hören wir uns noch mal den Uhur an. Hier sind wir noch inner. Ein schneller Beobachter ist erforderlich. Ja, ein schneller Beobachter. Halleluja. Das ziehen können wir auch nicht. Nein. Gut. Dann mache ich so beim letzten Mal auch. Ich warte bis zum neuen Item und gehe dann noch bei den Raum. Das andere bleibt mir eh nicht übrig im Moment. Ach, diese Flüche. Ah, okay. Hatte ich so auch nicht. Vorher bemerkt, dass wenn mich die Flüchte getroffen haben, ich keine Schwertdinger benutzen kann. Okay, warte mal. Moment. Ich möchte noch mal kurz was ausprobieren. Ja, es ging. Mehr oder weniger. Ja. Mehr weniger als mehr. Hallöchen da. Bisschen, beweg' sich. Baaah. 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 BAM 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 Terminated! Terminate! Aua. So, dich kriegen wir ja damit nicht kaputt, ne? Nein. Ah, ja, ja, da war ja... Da war ja was! Das Wort ist... Superschleuder, ja gut. Aber hier, da war ja was, ist das Wort des Tages. So, jetzt haben wir erstmal die Schleuder. Das Item! So, und um euch zu zeigen, was ich hier nicht machen kann, und zwar, ich kann diese Kugeln nicht bewegen. Sobald sie irgendwo oben drüber sind, also über der Lava. Die stört sich dann automatisch schon mal ab. Okay. Aber erstmal guck ich nochmal, ähm... So, ich glaube ich muss ich hier hin legen. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Ja. Und mit dieser Superschleuder können wir jetzt ganz viele tolle Sachen machen. Und zwar, zum Ersten gehen wir wieder dahin, wo wir gerade eben waren. Den, wie gesagt, brauchten wir ja gerade eben schon mal die Schleuder. Ah ja, hier ist ja auch was, sollen wir jetzt mal gucken. Meine Theorie war beim ersten Mal, dass da ist ein stiller Begleiter. A-Karten und Kerne helfen sowieso bei allen. Schießt mal dagegen. Und jetzt ist er aktiv. Jetzt ist er aktiv. Er ist aktiv. 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 Irgendwie ließ er sich aktivieren. Ich hab bloß keine Ahnung wie. Tja. Wie hatte ich das beim letzten Mal gemacht? Würde ich gerne wissen. So, Superschleuder mit Wirbelkern. Ah. Wir gehen einfach mal alles durch. Und Reaktion. Okay. Mit Pegasuskernen. Wir kommen los. Mit Duftkernen. Ja. Wunderbar. Jetzt. Und. Das hilft auch nix. Gut. Letzte Versuchung. Glutcherne. Ich wundere. Es passiert nix. Dann hatte ich glaube ich auch Bomben versucht. Ähm. Auch keine Wirkung. Dann halt hier mit. Damit passiert ebenfalls nix. Verschieben. Verschieben kann ich hier auch nix. Ich glaube von hier drüben. Ne. Ich komm von keinem anderen Punkt dahin. Zumindest seh ich da nix. Machen. Kann ich hier nix. nichts verschieben. Das mit dem Stellenbeobachter bringt mir jetzt auch nicht viel weiter. Ich hab keine Ahnung wie ich es geschafft habe, dass sich dieser Ritter dort bewegt. Echt. Kein Plan. Ich hab alles probiert. Nachdem gibt es die Schafe und brauche ich auch gar nicht was zu versuchen. Mit. Der. Handschuhe. Er zeigt sich relativ unbeeindruckt. Ähm. Bomben im hinten Rücken. Null Reaktion. Dann hab ich eigentlich alles durch. Ich schell dich zu Tode. Ah. Okay. Da. Passiert auch nix. Okay. Oh. Okay. Ja. Okay. Okay. Gut. Moment. Wie funktioniert das? War ich hier überhaupt schon drinnen? Ja. Ah genau. Ich muss hier nochmal zurück. Nervt mich doch nicht meine Güte. Geh konnt das Sprung in den Abgrund in den sicheren Tod. Alles geplant. Oh nein. Ich will nicht. Oh nein. Ich will nicht. Okay. Ähm. Ja. Ja. Okay. Autsch. So jetzt schnell hier hoch. Schnelle Sicherheit. Ist kein Problem. Ich will sowieso mit. Bisschen zurückhaltend anfangen. Ich kann aber auch gerne jetzt mal herzen. So ein bisschen. Minimal. Etwas. Komme ich jetzt von hier aus schon weiter mit den Dingen? Äh. Äh. Das muss ich von der anderen Seite machen. Okay. Dann hier raus. Und. Genau. Hier. Muss ich noch was machen. Erstmal hier das Herz sammeln. Und hier das. Und ja. Dann. Haben wir hier den. Neue. Tolle. Schleuder. Die. Super. Schleuder. Und haben da eine Kiste. Und weil wir keine Lust haben so ewig rumzulatschen. Diesen einen Raum können wir nämlich nicht verkraften. Laufen wir hier außen rum. Oder hier. Entlang. Besser gesagt. Und. Es war nur ein Ring. Schade. Oh. Wie schade. Okay. Laufen wir jetzt hier nochmal lang. Vielleicht finden wir irgendwas. Herzen. Gegner. Nervige Gegner. So. Die Gegner hat mal ausgeschaltet. Jetzt brauchen wir nur noch wieder ein paar Herzen. Und wie ich mein Glück hätte. Hätte ich jetzt mal keine Ahnung. Und doch eins. Zwei. Mensch. Mann. Das ist ja. Zufallsgenerator. Ich ist grad. Begnädig. Na komm. Bam. Bam. Warte. Bam. Warte. Das ist ja. Und hier ist unser Lebenslacher. Lacher. Lacher. Dack Lacher. Der Herzen. Das ist's doch macier. Vielen Dank. Das nehm ich an. Nein. Okay. Das heißt, wir müssen anscheinend doch wieder runter. Ich hab bloß keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Wie ich's machen muss und was ich damit machen kann. Ich will hier gar nicht lang, aber ich muss. Ähm. Ja, aber. Ich hänge. So. Ah, toll. Moment, ich will ja was nachgucken. Äh, das bringt mir nichts weiter. Okay. Ich hasse es. Ich hasse es. Ist nicht euer Ernst. Elendiger. Sternt. So, jetzt meine. Gebt den Sprungkünste. Gut, da war irgendwo eine Fee oder ein paar Herze. Irgendwas auf jeden Fall, was uns geholfen hat. Und das ist auch noch normal, ne? Ja. Ich habe mich nicht mehr damit. Okay. Also. Oh. Du inspections. Oh. Ich habe alles sehr geholfen. Ich habe mich nicht mehr verlet� Provost. Und ich werde mo entireen Seiten. Und ich habe dasко Eightimes. Ja, hallo, Schoner? Was muss ich hier machen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, wie ich es für das letzte Mal gemacht habe. Von der anderen Seite? Reicht ja nicht mal aus, der Platz. Ja, reicht ja gerade mal der Platz aus, aber es passiert einfach nichts. Ist doof. Ich würde zu gerne diesen machen. Oh, leider funktioniert es nicht. Ich glaube hiermit hat es aber irgendwas zu tun. Ähm, ich müsste da unten lang. Keine geheimen Verstecke. Okay. So, nochmal. Äh, Karnum. So. Wir haben ja hier, äh, hier ist nichts. Nein, man kann ja hier drüber schießen. Das wird ja nicht umsonst sein. Ich verstehe es gerade echt nicht. Ich... Mich selber kann ich ja nicht raus teleportieren, ne? Dachte ich. Hm, 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 hm. Hat auf jeden Fall irgendwas mit diesem Raum zu tun. Oh, nee, hm. Ja, okay. Ja, okay.